Was man dann auch dazu sagen muss, natürlich bei den ganzen Dingen, ist, dass das eine sehr individuelle Geschichte ist, wie man was braucht. Und das ist aber das Interessante daran, wenn man sich mal auf diesen Weg begibt, das zu reflektieren, was das Ganze überhaupt ausmacht, dann kommt man dem auch näher. Weil wenn man bestimmte Gewohnheiten, wie du es jetzt auch schon mit dieser Morgenroutine erwähnt hast, wenn man die entwickelt hat, dann muss man nicht jeden Sport im Kalender drin haben. Also ich habe zum Beispiel im Sommer, habe ich das wieder gar nicht gemacht, weil es da so oder so klar war, dass es, weiß nicht, bis neun oder so hell ist. Das heißt, sobald ich mit der Arbeit fertig bin, geht es eben aufs Rad oder geht es irgendwie raus in die frische Luft. Also da habe ich es nicht extra einteilen müssen. Aber wenn es irgendwie das Wetter ein bisschen unfreundlicher wird und man dann sowieso sich eher denkt, naja, aber jetzt könnte ich auch irgendwie noch zwei Stunden im Büro sitzen und vielleicht noch die Arbeit fertig machen, dann macht es wieder Sinn, also jetzt für mich persönlich hat es viel mehr Sinn gemacht zu sagen im Herbst und jetzt im Winter, naja, trag dir das lieber in den Kalender, weil sonst, wie gesagt, also bleibst du einfach ewig lang in der Arbeit sitzen. Das liegt natürlich daran, dass es unheimlich früh dunkel geworden ist und man sowieso das Gefühl hat, ich fahre in der Früh in die Arbeit, es ist dunkel und egal, wann ich nach Hause komme, es ist dunkel. Ob ich jetzt um 15 Uhr nach Hause fahre oder um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, ist dann so verschwommen, dass es für mich einfach wieder von dieser Disziplin her mehr Sinn gemacht hat zu sagen, ich muss es im Winter und im Herbst eintragen, dass ich einfach den Schluss machen kann und das unterbringe, weil sonst verliert man sich einfach in der natürlichen Entwicklung des Wetters sozusagen. Aber wieder, ganz individuell, also ganz individuelle Geschichte. Vielen Dank.